Yo, was geht ab, Leute? Euer Fraps ist hier, heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video zeige ich euch den Gegenschein-Shop vom 1.10.2020, der 1. Oktober. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was heute in den Item-Shop kommt, aber davor würde es mich natürlich mega freuen, wenn ihr meinen Partner Pico Keys abcheckt, der Bangra Boogie Emote plus das Galaxy Lama Spray, inklusive 1000 V-Bucks, findet ihr dort. Checkt das Ganze aus, würde mich mega freuen. Jetzt würde ich aber sagen, dass wir den Gegenschein-Shop abchecken, mal schauen, was heute hier am Start ist. Und wir haben, Moment mal, wir haben die ersten Halloween-Skins, sozusagen, könnte man sagen, würde ich sagen. Auf ganz locker entspannt fangen wir wie immer auf der rechten Seite und arbeiten uns dann weiter, um zu sehen, wie lange die Halloween-Sachen nicht mehr drin gewesen sind. Es ist kompliziert, ist jetzt nicht so der beste Emote, kostet 500 V-Bucks, zuletzt vor 37 Tagen drin gewesen und 2x insgesamt im Shop. Dann haben wir hier oben Schlendern für 500 V-Bucks, auch nicht so ein geiles Emote, meiner Meinung nach. Zuletzt vor 16 Tagen drin gewesen und 6x im Shop. Wir haben hier die Expertin für 1.200 V-Bucks, war zuletzt vor 25 Tagen drin gewesen und 23x im Shop. Die Lackierung, Freunde, ist nicht neu, sondern dieser war zuletzt vor 52 Tagen drin gewesen und 2x im Shop. Dann haben wir Hitzkopf für 200 V-Bucks, zuletzt vor einem Monat drin gewesen, 8x im Shop. Und ins Schwarze, was zuletzt vor 30 Tagen drin gewesen ist und 30x im Shop. Hat 3 Stile insgesamt, wie ihr sehen könnt. Kommen wir nun zu der linken Seite. Glüh für der Dunkelheit. Donneross und Finsterbomberin ist am Start. War zuletzt vor einem Monat drin gewesen und 23x im Shop. Dann kommen wir zu den Halloween-Skins. Und zwar haben wir Feldschnitzer, Phantom des Feldes, Strohnähte. By the way, Strohnähte sieht ganz cool aus, vor allem die lila Version. Passend dazu haben wir nochmal die Strohagentin für 1.500 V-Bucks, Heumann für 1.500 V-Bucks. Und das alles, meine Freunde, war insgesamt 5x im Shop gewesen und zuletzt vor 363 Tagen im Shop. Das bedeutet, zuletzt vor einem Jahr waren diese Skins im Shop. Und werden dann auch höchstwahrscheinlich wieder für ein Jahr nicht mehr am Start sein. Also Freunde, verpasst das Paket nicht, wenn ihr natürlich Bock drauf habt. Eure Meinung zu den Halloween-Skins unten in den Kommentaren. Ich persönlich bin gespannt, was für Halloween-Skins wir noch so bekommen werden in Fortnite. Ob dort auf jeden Fall krass Sachen auf uns zukommen oder doch nicht. Vielleicht kommen sogar ein paar heftige Marvel-Skins auf uns zu. Ich predikte sogar, dass eventuell Venom ins Spiel kommen könnte als Halloween-Skin. Aber warten wir mal ab und checken die Lage ab, wenn es soweit ist. Nun gut, was haben wir heute im Lama-Shop? Im Lama-Shop haben wir das legendäre Tollschatz-Lama. Und wir haben ein kostenloses Upgrade-Lama, was wir uns gönnen können. Ansonsten ist auf der linken Seite alles gleich geblieben. Auf der rechten Seite haben wir einen neuen Hammer. Und der Golfstieger ist zurück. Ansonsten, das soll es gewesen sein, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ich wäre dann somit raus und würde sagen, Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Auf den nächsten Video, auf den Kanal, bis zum nächsten Mal, euer Fraps. Und tschau. Bis zum nächsten Mal.